Meine Damen und Herren, es ist Zeit für eine neue Erfahrung für Ihre Terrasse. Es ist Zeit für die elegante, klassisch wirkende Sitzgruppe Limousine. Dieses einzigartig gestaltete Lounge-Set besteht aus einem Tisch, zwei schönen Sesseln und einem Zweisitzer-Sofa. Alles, was Sie brauchen, um Ihre Terrasse bequem und trendig zu gestalten. Die aus flexiblem Material hergestellten Rückenlehnen sind noch extra mit weichen Innenholstern versehen. Das innovative Rattern-Design gewährleistet, dass sich das Limousine-Set weder auftrennen noch ausfransen wird. Stellen Sie sich das vor. Doch das ist nicht alles. Das wartungsfreie Limousine-Set ist aus speziellem UV-beständigem Kunststoff hergestellt. Somit ist es wetterfest und wird nicht ausgerechnet. Machen Sie aus Ihrem Garten eine moderne und trendige Lounge. KETTA – Die Ich-Mache-Selbst-Show